Geralt kommt und Tesla Hahn und NK7. Drei Rosen noch, Leute, drei Rosen noch. Tesla Hahn ist Team Albania. Was ist deine Meinung zu Skanderbeck? Ich war einer der Ersten, die im deutschsprachigen Raum darauf hingewiesen haben. Drei Rosen, Leute. Die darauf hingewiesen haben, komm Leute, schickt was, schickt, 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 komm, nicht schlafen. Ich war einer der Ersten, die im deutschsprachigen Raum darüber geredet haben. Ja, was hast du gesagt? Ja, ich habe gesagt, dass es ein Widerspruch ist, dass die Albaner stolze Moslems sind, also die, die halt welche sind, dass sie stolze Moslems sind und ihr Nationalheld ein Kreuzritter war. Und du brauchst gar nicht angeben mit Dings, du hast letztes Mal gegen Kreuzzüge geredet. Also brauchst du gar nicht dir das auf die Fahnen schreiben. Was soll ich mir auf die Fahnen schreiben? Ich finde, tämliche Religiöse, schau Religion noch einmal, ich sage noch einmal, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Religion hält Fortschritt auf, technologischer Fortschritt und Innovation. Egal welche Religion, sei es Islam oder Christentum oder Buddhismus oder weiß Gott was. Okay, dann erklär mir, warum ist, warum ist, warum ist, warum sind gerade die christlichen Gebiete technisch so fortschrittlich, z.B. USA, Europa, ja. Das sind ja christliche Gebiete und die sind am fortschrittlichsten. Die sind fortschrittlicher als islamische Gebiete und, das darfst du jetzt nicht vergessen, sie sind fortschrittlicher als die ehemaligen Kommunisten. Ich teusche, im Kalten Krieg, USA, Europa, der Westen war den Kommunisten weit überlegen, technologisch. Und das, obwohl der Westen christlich geprägt ist und die Kommunisten atheistisch waren und überhaupt keine Barriere hatten mit Religion. Nach deiner Logik müssten die Kommunisten technologisch weiter sein als der christlich geprägte Westen. Darf ich, darf ich dir was sagen? Damit habe ich dir jetzt ein Kau verpasst, Mann. Nein, 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 das glaubst du. Zu welchen, zu welcher Ära oder in welchen Jahren gab es in Deutschland die meisten technologischen Erfindungen und, ja, Erfindungen und Innovationen? Zu der Nazi-Zeit. Zu der Nazi-Zeit war das, ja, zu der Nazi-Zeit war das. Da wurden, da wurden, und das war, und was hat Hitler verboten? Oh, Tesla-Hahn verherrlicht Nazi-Zeit als technologisch. Nein, 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 Leute, jeder weiß, komm, hör auf jetzt. Du klingst wie ein Linker, du klingst wie ein Linker, gerade eben. Habe ich da gerade Nazi-Sympathien rausgehört bei Tesla-Hahn? Nein, du klingst wie ein Linker, Mann. Du klingst wie so ein Linker-Emily-Reporter, die irgendwie aus dem Kontext was rausnimmt. Wir wissen ganz genau, die meisten Erfindungen waren zu der Zeit, ja? Und zu der Zeit, was hat Hitler verboten? Herr Hahn, warum verherrlichen Sie den Nationalsozialismus und das Dreckerei? Was soll das? Komm, Herr Fahn, jetzt sei ehrlich. Das ist gefährliche rechtsextreine Propaganda. Die meisten Erfindungen, Düsenchell, Kraftfahrzeug, die Vorläufer von Internet, alles wurde zu der Zeit erfunden. Und das Christentum wurde da auch verboten. Ufos mit den Hitler in der letzten Stunde noch abgehauen ist. Leute, kommt, schauen, was ist los hier. Leute, alle mal tippen. Sauber. Niemand fragt, wieso? Okay, was willst du damit? Warte, warte, was willst du damit sagen? Nein, ich wollte damit deine Aussage, dass das Christentum irgendwie dafür verantwortlich war oder das zusammenhängt, dass das Christentum mit technologischen Fortschritten, das zusammenhängt. Okay, ich will zusagen. Ich will zusagen. Warte, warte, warte. Die größten technologischen Fortschritte Deutschlands, und Deutschland waren die Ur-Erfinder, die erste Rakete hat Werner von Braun gemacht, darauf basiert NASA zum Beispiel, waren während dem Zweiten Weltkrieg, während der NS-Zeit, wo das Christentum verboten wurde. So, jetzt darfst du reden. Oh, danke. Was wollte ich sagen? Ah, ich wollte sagen, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen, verdammt? Ah, genau, das wollte ich sagen. Warte, jetzt weiß ich, was ich sage. Ich wollte das sagen. Schau, ich sag jetzt nicht, schau, natürlich technologischer Fortschritt, natürlich gibt es in Religionen, auch im Christentum, gewisse Grenzen, ja, gewisse Grenzen, zum Beispiel, wir haben letztens geredet über Chips, Chips in Gehirn einpflanzen, bla bla bla, natürlich gibt es, tut auch da das Christentum gewisse Grenzen setzen, dass die Menschen nicht Gott spielen sollen. Aber, was du sagen kannst, ist, dass das Christentum den technologischen Fortschritt, das Christentum den technologischen Fortschritt nicht so sehr gebremst hat. Verstehst du, was ich meine? Im Gegensatz zum Islam. Weil, wenn das der Fall wäre, wenn das der Fall wäre, dann wären nicht die christlich geprägten Gebiete technologisch heute viel fortschrittlicher. Und schau mal, das, was du gesagt hast, okay, das betrifft vielleicht, in Bezug auf Deutschland mag das richtig sein, dass die meisten Erfindungen in der Nazizeit, aber Kalter Krieg war ja danach, ich habe von Kalter Kriegszeit geredet und da war der christlich geprägte Westen, der damals noch viel christlicher geprägt war als heute. Zum Beispiel, schau dir USA heute an, schau dir USA in den 60er, 70er, 80er Jahre an, dass man trotzdem den atheistischen Kommunisten technologisch überlegbar war. Warum, Leute? Das hat aber atheistischer Kommunismus, das war nicht wegen dem Atheismus, sondern wegen dem Kommunismus. Das war der Kommunismusaspekt, der die technologische Fortschritt aufgehalten hat. Kommunismus und Atheismus hängt zusammen. Nein, tu das nicht. Schnauzegolking. Leute, alle mal tippen, Leute, alle mal tippen. Was ist los mit euch? Leute, aufpassen, alle mal tippen. Golking, schickrosegolking. Kommunismus und Atheismus sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, sage ich ja auch. Schickrosegolking. In meinen Chat schreiben sie die ganze Zeit, du hast dich über Erdbebenopfer in der Türkei lustig gemacht. Stimmt das? Ja, ich habe. Ich gebe es zu, ich habe mich lustig gemacht. Und jetzt? Okay. Und jetzt? Ich frage nur, ich frage nur. Ich habe gefragt. Junge, Alter, diese TikTok-Pisse. Nein, aber schau. So richtig kleine TikTok-Pisse. Du hast vorher gesagt, das Christentum hat vor technologischen Fortschritt nicht so sehr gebremst. Aber du hast damit zugebracht, dass es doch auch bremst. Das ist ja meine Kernaufsache. Wie denn eine Religion bremst? Ja, bremst. Golking, schick, löwe. Okay, ich erkläre dir. Bremst ab, ja, weil es gibt gewisse Grenzen. Und wenn der Mensch Gott sein will, dann fängt es dann an, problematisch zu werden. Wenn der Mensch Gott spielen will. Zum Beispiel Menschen klonen. Das ist kein Fortschritt. Ja, natürlich, aus technischem Sinne ist das ein Fortschritt. Sicher ist es ein Fortschritt. Ein klonterer Klon. Ja, aber ist es. Natürlich ist es ein technologischer Fortschritt. Ja, ist es. Aber schau mal, nicht jeder Fortschritt ist sinnvoll und positiv. Willst du geklonte Menschen? Willst du, dass man Menschen klont? Ob ich persönlich das will, spielt da tatsächlich keine Rolle, weil ein persönliches Befinden sollte einen technologischen Fortschritt nicht aufhalten. Ach so, also sollen wir auch Menschen klonen, keine moralischen Grenzen, alles machen. Warte, umgekehrt, umgekehrt. Sollen wir mit technologischem Fortschritt aufhören, weil jetzt die 80-jährige Oma sagt, nein, das will ich nicht. Nein, nein, nein. Aber schau, ich will damit sagen. Okay, die Oma will nicht. Da sind noch vier weitere, die das nicht wollen. Alles stoppen. Nein, nein. Komm, Leute. Leute, was ist los mit euch? Nein, aber ich will damit sagen, technischer, sauber, dritter Sieg in Folge, Hattrick. Ich will damit sagen, ich will damit sagen, ich will damit sagen, ne, gewinnt sicher nicht, man, du hast keine Chance gegen meine Leute. Ich will damit sagen, technische, technologische Fortschritt, aber immer, immer mit einer gewissen Moral und innerhalb von gewissen Grenzen. Auch Fortschritt muss Grenzen haben. Nein, Fortschritt darf keine Grenzen haben. Doch, nicht Fortschritt, um den Fortschritt. Keine Grenzen haben. Da sind wir kein Stück besser als die radikalen Islame, die doch die Frau ins Mittelalter zurückbefördern will. Da ist man doch kein Stück besser. Was für Grenzen haben. Irgendwann, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Erst einmal, dein Vergleich ist jetzt sehr schlecht. Ich rede nicht vom rückständigen Islam, der jegliche Wissenschaft verhindert und Fortschritt verhindert. Ich rede nicht von grundsätzlicher Fortschrittsfeindlichkeit, sondern ich spreche dafür, dass der Fortschritt auch den Menschen dienen soll. Fortschritt, das bringt doch nichts, künstliche Intelligenz und dass irgendwann Roboter die Menschheit vernichten, wie bei Terminator. Was ist das für ein Fortschritt? Was ist das für ein Fortschritt? Das ist eigene Vernichtung. Roboter die Menschheit vernichten, ich schau. Danke, Rottweiler. Komm. Das Problem ist, du hast keine moralischen Grenzen, Mann. Du bist so ein eiskalter Psychopath in der Hinsicht. Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Der ekologische Fortschritt ist wichtig und wir dürfen nicht irgendwelche alten Werte hernehmen, weil eine Oma sich unwohl fühlt. Die hat sich unwohl gefühlt, bis zu 100 Jahren, als es ist, der Mensch soll fliegen. Danke, Rottweiler. Danke, Polisch. Hat sich die Oma auch unwohl gefühlt und hat gesagt, meine Werte werden angegriffen. Und was ist, wir fliegen jetzt alle? Sauber, Leute. Jetzt geht der Gas. Danke, Rottweiler. Rottweiler, bester Mann. Ich küsse deinen Rottweiler. Technologischer Fortschritt geht über alles. Und ansonsten sterben wir aus als Menschheit. Ich weiß nicht. Hallo. Ich sage ja, Fortschritt, ja, aber immer in gewissen Grenzen. Wir brauchen einen Kompass, einen Kompass, einen moralischen Kompass, wo wir sagen, bis dahin, hey, zum Beispiel heute in den USA, du kannst bestellen, du kannst dein Baby quasi bestellen, du kannst dein Kind bestellen, wie soll es aussehen, welche Augenfarbe, welche Haarfarbe, Hautfarbe, hey, was ist das, Mann, das ist geisteskrank, sowas. Danke, Kuckuck, das ist geisteskrank, was ist das, bitte? In welcher Form kommt das Baby? Ist das ein biologisches Baby oder ein Roboter-Baby oder was ist? Nein. Ein Roboter-Baby. Ein Roboter-Baby. Leute, ziehen Rosen, Leute, komm, John. Nicht aufmachen, Leute, ziehen Rosen. Eine echte Frau, eine echte, komm, Leute, Rosen, 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 eine echte Frau trägt das Kind aus, aber die könnte es so quasi programmieren, dass dann genau das Kind kommt, weil welches du bestellt hast, mit der Augenfarbe, mit der Haarfarbe und so weiter. Und das ist einfach nur krank, Mann, das ist nicht natürlich so. Das ist einfach nicht natürlich. Zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt von Kindern reden, Krankenhaus, Hygiene, dass die Frauen Kinder bekommen im Krankenhaus und nicht irgendwo in einer Hütte ohne medizinische Versorgung oder sowas. Das ist für mich sinnvoller Gesundheit. Das ist für mich sinnvoller Fortschritt. Aber dass du dir dein Baby bestellen kannst und aussuchen kannst, wie es aussehen soll. Das ist sowas nicht schon klar. Ja, Designer will die Designer-Biby. Ja, dass der Mensch abgelöst wird vom Auto. Also der Mensch fährt nicht selber, sondern das Auto fährt selber. Ja, aber was machst du dann? 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 Holst du dir da runter oder was? Fahr doch selbst einfach. Du kannst du da runter. Das hast du recht. Das hast du recht. Ich kann TikTok-Matches machen. Ich kann Tesla-Hahn fertig machen. Ich kann Moslems zerfetzen. Und währenddessen sitze ich in einem Tesla und der fährt mich an Ziel. Da hast du recht. Das ist das Fortschritt. Genau. Genau. Autonomes Fahren verursacht weniger Unfälle und so weiter. Und der Mensch ist einfach fehlerhaft, fehleranfällig und Autounfälle sind die Ursachen für die meisten Tode, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man das nicht, wenn man das einmal kurz überlegt, ja? Und außerdem. Ja, das stimmt. Aber warte mal. Darf ich dann trotzdem selbst fahren oder muss ich dann nur noch autonom fahren? Das kann ich nicht wissen, aber, 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 wenn man sagt, komm Leute, Gas geben, Gas geben, das, ja. Ja, Leute, was ist los? Ja, Leute, ballert es mal, Leute. Genau. Aber das ist jetzt das Problem, wie Dominik schreibt, Technik ist nicht fehlerhaft. Autonomes Fahren verursacht. Wie viele Leute, da gab es doch schon mehrere Unfälle mit diesem Tesla, autonomes Fahren, blablabla und so. Da gab es doch Unfälle. Ja, das sind so richtige Propaganer, die Fortschritt aufhalten. Es werden Unfälle passieren. Es werden Unfälle passieren. Aber die sind, das ist statistisch nicht möglich, dass durch autonomes Fahren keine Unfälle passieren, ja? Aber dennoch wird es ein Bruchteil davon, in einer vollkommen autonomen Welt wird es ein Bruchteil von durch Technologie verursachten Unfällen, verursachte Unfälle, wird ein Bruchteil davon sein, als von menschlichen Versagen. Okay, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Nur dann ist das Problem mit dieser Argumentation, dass man dann sagt, um Unfälle zu vermeiden, verbieten wir jetzt, dass die Leute selbst fahren und du musst so ein Auto kaufen und du musst nur noch so, darfst du dich fortbewegen. Das ist dann das Problem, was ich sehe, als nächstes dann, wenn das eingeführt wird. Das könnte der nächste logische Schritt sein, ja? Aber ganz ehrlich, wäre das... Wieso hast du dir deinen Tesla geholt eigentlich? Wieso habe ich mir einen Tesla geholt? Weil ich ein Early Adopter bin und Technologie und Innovation liebe und ich finde, Tesla hat da eindeutig die Nase vorne. Und deswegen habe ich mir einen Tesla geholt, ja. Aber warum sieht der innen so arm aus, so schlicht? Das ist absichtlich. Das ist so wie ein, wenn man vergleicht ein Apple Smartphone, ja, das, wie im Vergleich zu einem Blackberry, der so tausende Tasten hat und überall irgendwas dienselt, irgendwo, irgendwo, so Gadgets. Und da kommt dieses schlichte Design von einem Apple iPhone und wer wurde wegdisruptiert? Das komplizierte Blackberry wurde wegdisruptiert und jetzt haben wir alle ein Smartphone. Ja, aber das sieht schon langweilig aus. Das sieht schon langweilig aus. Das sieht schon langweilig aus. Wieso brauche ich tausend Knöpfe in einem Auto? Wieso? Nicht tausend Knöpfe, aber das ist so, wie wenn ich in so einem scheiß Computer sitze. Alles so flach, ein riesen Bildschirm, das hat keine Seele, das hat keinen Geschmack, keine Ästhetik, einfach nur solche seelenlosen, blööö, glatte Flächen und fertig. Was ist das für ein Scheiß? Die Technologie macht das Sex hier laut. Vergleicht das mal mit einer schönen Mercedes S-Klasse. Vergleicht das mal mit einer schönen Mercedes S-Klasse. Weißt du, wie geil das Gefühl ist, wenn es dein Software-Update bekommt und das Auto ist einfach viel besser als vorher. Weißt du, wie geil das Gefühl ist, wenn du einen V8-Motor hast und du machst das Auto an und du hörst vroom. Das ist ein geiles Gefühl. Ja, ja, macht viel vroom, vroom, aber ich bin der, der 200 Meter vorne ist, bevor der überhaupt anstartet. Das bin ich mit meinem Tesla. Was für seelenlose Elektroscheiße, zoom, 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 glatte Flächen, Bildschirm. Was ist das für ein Kack, Mann, Alter, das ist so richtig, so seelenlos, so richtig, passt schon zu Elon Musk und zu Steve Jobs und zu diesen ganzen Psychopathen da, seelenlose, seelenlose Technik. Das ist ein Visionärer, ohne den hätte man kein TikTok hier. Da wären wir noch, was redest du hier? Die haben keinen Luxus, diese Autos haben keinen, diese Autos haben keinen Luxus, die haben keinen Komfort, die haben keinen Komfort, die haben keine Seele, die haben keine gar nichts. Der sieht so aus, der sieht aus wie hingeschissen, sieht der aus. Ich bin hingeschissen, seit vier Jahren, okay? Seit vier Jahren habe ich meinen Tesla, ja, okay, du bist vielleicht paratringlich, wer weiß, das ist besser. So voll die komische Form, auch diese SUV, wo sind die Kurven, wo, schau dir mal, Musclecasa, da siehst du richtig so Aggressivität, Muskeln, das Auto, du kriegst Schiss, wenn du das Auto siehst. Wenn das Auto vorgestellt hast, du hast Angst, du hast Angst, du hast Angst, dass das Auto dich zusammenschlägt. Du kommst mit deinem Tesla. Ich habe keine Angst vorm Auto, ja. Was ist das für ein Scheiß, Alter? Du hörst dich mal, dass dieser Kack-Tesla kommt. Letztens ging es in Wien, in Wien diese Taxis mit Toyota-Tesla. Du hörst du so. was ist das für ein scheiß ja muss ein auto geräusche machen oder das ist ja und und was für auto schlägt dich zusammen oder das ist ja das muss muscle car sein ja okay dann hast du so ein muscle car wenn du mich anschaust wenn du mich anschaust du weißt ich bin so voll mit muskeln da aber darf ich darf ich dir nur kurz auf das was du was du vorhin gesagt hast was sagen nämlich dass du gesagt hast technologie braucht einen moralischen kompass und entsprechend leute kann man einmal gewinnen muss entsprechen den technologien abladen muss eingeschränkt werden ja weißt du was die linken benutzen genauso genau dieselben argumente mit meinungsfreiheit ja meinungsfreiheit darf auch nicht grenzenlos sein muss auch eingeschränkt werden braucht auch einen moralischen kompass das ist ja eins zu eins dasselbe was wir hassen hier fahren was ich weiß dass ich hatte und was ich dich hundertprozentig sicher bin dass du auch hast diesen diesen meinungsfreiheit muss auch eingeschränkt werden nein weder meinungsfreiheit noch technologie und innovation darf irgendeinen moralischen kompass abgewährt werden wer definiert diesen moralischen kompass gott 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 ja wenn so eine 50 jährige karen diesen moralischen kompass definiert ja da sind wir schon längst zensiert und 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 weg vom fenster aus allen plattformen entfernt von leute unterstützung unterstützung kräfte allemal tippen extra stream wo elon musk schickt jetzt ich glaube unterstützt dich alle tippen und wenn man ehrlich sind die ganzen die ganzen zuschauer bei dir die die stimmen wir eigentlich zu danke membera vielen dank schon mal du seelenloser atheistischer heide hör mal zu du seelenloser und testischer und moralischer heide es muss grenzen gehen warum machst du ich traue dir alles zu du bist ein psychopater du bist zu allem fähig wahrscheinlich ohne deine moralischen geld danke membera sauber da ist ja sogar elon musk unterstützt mich siehst du das sogar elon musk unterstützt man sich das vorstellen ich kann es kaum glauben leute kommt schon baller zwei leute sauber jetzt wird gas gegeben sauber leute ihr seid die besten membera membera ehrenmann membera vielen dank membera membera ist der beste und joshua joshua shabbat shalom danke joshua kukuk supermann so jetzt wirst du auseinander gehen und jetzt wirst du heute kommt schon wo seid ihr jetzt zerfetzen wir diesen gottlosen atheistischen heiden kommt ich mag keine linken und du verhältst dich gerade wie ein linker ich antworte jetzt das was du sagst ist nicht moral sondern das ist moralisieren da bin ich auch dagegen moral ist wichtig aber das was die linken machen ist moralisieren zb sagen ja wir müssen alle aufnehmen wie merkel so damals sonst gibt es unschöne danke joshua danke joshua dank jetzt zerstellen zu fest den zu fest den leuten kommt an diese meinungsfreiheit diese 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 überliegen gut menschen die dann in interviews sagen ja meinungsfreiheit braucht auch ihre grenzen ok jetzt jetzt kommen lass mich endlich auch dann komme ich dir zum punkt also das damals mit der flüchtlings links da haben sie ja damit das nicht zu unschönen szenen kommt was wenn da irgendwas den leuten passiert und das ist ja das ist dieses ekelhafte von links so ja aber du bist nicht dafür dass man flüchtlinge aufnimmt das heißt du willst dass menschen ertrinken im mittelmeer und so weiter das ist moralisieren ja es ist ein lustiger ausdruck und das ist so klingst du ja auch bitte ich bin komplett wenn ich moralisieren ich bin über 0 bin ich so ich tue nun alle bewerbte so was aber aber oder danke platz 8 90 bei aufstrebende stars danke leute sauber und ihr sagt wenn man und dann und dann zum thema ich finde auch dass nicht das islam die religion wenn jetzt ein typ nehmen wir ein typ her ok passt du trägst jetzt auch eine sonne wieder nehmen wir jetzt ein typ her der ist in der lebt in deutschland der ist moslem der handelich dank der chillt der arbeitet der ist fleißig hin und her aber er ist halt moslem und jeden freitag geht in der moschee um zu beten der ist doch auch genauso opfer dieser ganzen die die religion falsch interpretieren oder was redest du mann was machst du wieder für nordkoreanische oberflächliche analysen und korea da rein und korea hat nichts damit zu tun aber die kann man einmal gewinnen kann man einmal gewinnen das land und gewinnst kein mal mann du kannst du kannst sie auf meinen kopf gemacht leute kommt schon alle tippen bis heute 21 uhr ein sieg nach dem anderen mann ich kann nur siegen es gibt bei mir keine niederlande es gibt keine niederlande das gibt uns alle tippen los tesla kommen und christentum leute jede religion ist unnädig hört nicht auf die salle tippen also war also normaler unterschied unterschied zwischen moral haben und moralisieren ich hasse moralisieren und ich tue nie leute moralisch in irgendeiner form bewerten oder das was du machst das unmoral aber weißt du was ich eher was mir wichtig ist es geht darum für eine gesellschaft verstehst du ich tue nicht das individuum bewerten und sagt das was du machst ist unmoralisch es geht darum dass die gesellschaft gewisse grenzen und gewisse regeln braucht weil du weißt wie die leute da draußen sind die einfachen leute danke member member bester mann member leute alle tippen und er kommt folgt alle männer folgt alle member also gar nicht jetzt verstehst du die gesellschaft braucht sachen er braucht braucht werte die gesellschaft braucht traditionen die gesellschaft braucht grenzen braucht wenn nach deiner logik müsste es keine strafen geben müsste es keine gefängnisse geben keine justiz die innovation zu tun ich meine logik ist nur das moral denken soll nicht aufhalten irgendwas neues zu erfinden weil eine 50 jährige alte frau sagt dass es in ihrem moral denken nicht passend ja was hast du mit deiner alten frau alter von welcher alten sie haben weil sie gerne technologien in gerade die 50 jährigen hatte die 50 jährigen ein zeichen das war der hausnummer ihr fand das war da auch das auf das jetzt darauf zu spezifizieren das war gerade diese generation ist freundlich danke kuckuck sauber kuckuck gerade diese generation kommt vier rosen vier rosen vier rosen vier rosen gerade diese generation ist für technik und fühlen sich so cool so wenn sie das neueste iphone haben und sind so begeistert von dem ganzen technik zeug da da kommen jetzt plus zwei jetzt schicken 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 du bist so zerfetzt heute ich beende deine tiktok karriere heute heute es gab mal so ein nordkoreaner der war ein bisschen bekannt auf tiktok hat paar lustige videos gemacht bis in fang pc ihm weggefegt hat von der plattform ich weiß du provozierst das versprach ist die schlafen oder ich red doch die ganze zeit du weißt du provozierst gerne gerne aber mir macht provokationen nicht ich bin nicht wie so ein gold stück ich komme mit logischer argumentation ich komme die ich komme nie mit emotionen ich komme immer mit logischer argumentation und logisch gesehen finde ich kein moralischer kompass sollte technologischen fortschritt aufhalten das ist so meine logische argumentation ich bin nicht so ein gold stück der sagt ich finde die jetzt nur weil du jetzt ein bisschen provozierst ja okay übrigens das sind auch diese linken das sind auch diese linken die eine idee hernehmen und anstatt diese idee zu attackieren attackieren sie immer die person dahinter das ist auch so eine linke taktik die du auch gerade anwendest also ich glaube langsam du bist ein linker manche denken ich bin heimlich moslem manche denken ich bin heimlich jude jetzt kommst du mit ich bin heimlich linker ich weiß nicht was ich noch sagen schon gerne deren argumentationen 0 0 0 nie argumentiere ich von links nie du kommst da mit meinungsfreiheit innovation und technologie hat ihre grenzen genauso wie die linken sagen wo die meinungsfreiheit hat ihre grenzen aber ich muss sagen teslan ich gebe zu ich sympathisiere schon manchmal mit deinen ansichten verstehst du eben aber der glaube hindert mich dass ich so ein gottloser wie du werde nein ansonsten wäre ich auch so ein moralisch weiterzuentwickeln was für moralisch nein hör auf die vorstellung ist schon verlockend keine grenzen keine moral machen was man will das ist schon verlockend aber das heißt technologie sollte man nicht in ein käfig hauen innovation sollte man nicht in ein käfig haben weil wenn man das wirklich durchsetzen würde wir hätten kein handy wir hätten kein strom werden kein auto wir hätten kein internet gar nichts hat man dieser richtig wenn wenn religion eine hand lassen wir das ganz 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 sauber 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 da wurde der irfan weg ist ein don vital passino ich küsse doch dein herz bruder ich folge dir alle don wie to folgen er den mann da wurde er weg gesnipet leute da wurde er weg gesnipet und wenn ich dich erwische wirst du sehen Schau, du bist Schau, wie ein Goldstück, Bruder Soll ich dir kurz sagen Als ich gegen Albaner geschossen habe Seht ihr, Leute, was passiert, wenn ihr schläft Ja, Leute, alle tippen Werde besiegt von einem gottlosen Heiden Werde ich besiegt, wenn ihr schläft Wenigstens benütze ich nicht dieselben Argumente wie ein Linker Lieber ein Linker als so ein gottloser unmoralischer Technik-Freak Technologie und Fortschritt ist der einzige Weg wie wir als Mensch und Weisheit uns weiterentwickeln Weswegen du überhaupt so mit mir kommunizieren kannst ist durch Technologie und Innovation entstanden Danke, Herr Müller Ihr seid beide gottlos Ich bin doch nicht gegen Technik Was verstehst du da nicht? Wer hat gesagt, dass ich gegen Technik bin? Ich bin nicht gegen Technik Ich sage nichts gegen Technik Sondern gegen diese grenzenlose Gott sein wollende Technik Gott sein wollende Darum geht es Dieses Gott sein wollen Ja, lass mich dieses Argument kurz Dieses Gott sein wollen Ihr werdet sein wie Gott Ich kennst du diesen Spruch Damals wie 100 Vor 100 Jahren hat man gesagt Oh, der Mensch will fliegen Der will wieder wie ein Gott sein Diese Meinung ändert sich ja auch im Kopf immer Irgendwann mal ist es Damals war es Wenn man als Mensch Keine Ahnung mehr Als 100 kmh fortbewegen will Will man Gott sein Wenn man fliegen will Will man Gott sein Und jetzt ist es Oh mein Gott Wenn man AI kriegt Das ändert sich ja immer Hallo Keiner sagt Wenn man fliegen will Wenn man so Danke Zionist Danke Zionist Das haben Sie damals auch gesagt Leute Tippen, tippen, tippen Hör zu Keiner will Keiner sagt Wenn man fliegen will Will man Gott sein Aber Wenn man sagt Man will ewig leben Wenn man sagt Man will eigene Menschen erschaffen Wenn man in den freien Willen In den gottgegebenen freien Willen Des Menschen eingreifen will Dann spielt man Gott Nicht wenn man schnell Autos fahren will Ich liebe Religion Ich liebe schnell Autos fahren Ja, ja, ja Ja, das geht es Weil jetzt normal ist Aber früher hat man auch gesagt Da will man Gott sein Aber Wenn man Wenn wir Diese technologischen Möglichkeiten Für ein verlängertes Leben Oder dass wir Den Alterungsprozess Zurückkehren Wenn das wegen einer Religion Nicht möglich ist Dann nehme ich das persönlich Weil das Wenn irgendwelche Religion Uns verbietet Dass wir möglicherweise Ewige Jugend Oder den Alterungsprozess Derart verlangsamen Oder zurückdrehen können Wenn wir diese technologische Eigenschaft Oder diese technologische Errungenschaft Wegen irgendeiner Religion Nicht schaffen Dann bin ich sauer Schau mal Ich habe nichts gegen Alterungsprozess Zurückdrehen Mit natürlich Zum Beispiel Keine Ahnung Du machst Sport Oder Keine Ahnung Du machst alles Alles was gesund ist Ich rede von Durch einen Gehirnschip Zum Beispiel Wenn wir zum Beispiel Den Gehirnschip Programmieren könnten Dass wir den Körper Nicht mehr altern Es gibt Quallen Die stoßen tote Zellen ab Wenn wir das irgendwie Adaptieren können Über einen Gehirnschip Und uns dazu programmieren können Dass wir den Alterungsprozess Rückgängig machen Wenn irgendeine Deppert Komische Religion Daher kommt Und sagt Das ist nicht Das ist Gott spielen Und deswegen verhindert Dass wir Ewige Jugend erlangen können Dann bin ich sauer Tesla, du gottloser Kommunistischer Heide Hör mal zu Dass diese Wunschdenken Dass du ewig leben wirst Das kannst du gleich vergessen Wir werden alle sterben Und unser Leben Wird vergänglich sein Es ist vergänglich Und es wird so bleiben Außer vielleicht Wenn die Technologie Jungen, das haben die Leute Auch von 200 Jahren gedacht Und das ist immer noch nicht möglich Ich habe vor kurzem gelesen Dieser Peter Thiel zum Beispiel Er hat ja auch Das ist die Blut von Kindern Nein, um jung zu bleiben Ja Nein, Mann Das will ich dir gar nicht sagen Das Sondern ich will dir was anderes sagen Er tut seine Sein Körper Wenn er stirbt Wird seine Leiche eingefroren Und mit der Hoffnung Dass sie ihn irgendwann Wieder zum Leben erwecken wollen Schau, ich verstehe das schon Wenn du Multimilliardär bist Und du hast ein geiles Leben Natürlich willst du nicht mit 80 Oder auch nicht mit 90 sterben Und du willst gar nicht Erst zu alt werden Natürlich wirst du ewig leben Wenn du ein geiles Leben hast Aber das gehört halt dazu, Mann Sterben gehört dazu Und ist ein Teil Und noch nie hat es Der Mensch geschafft Das zu verhindern Komm Leute Nicht wieder verarschen lassen Irgendein Sniper Leute, snipe es Leute Snipe es wieder Irgendein Sniper Irgendein Sniper Will mich abknallen Komm Leute Auf Nummer sicher gehen Schick, 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 schick Leute, snipen wieder Snipen wieder Snipen wieder Er hat nicht viel Punkte Komm Leute Auf Nummer sicher gehen Darf ich was dazu sagen Schicken, 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 schicken Letzte Sekunde Letzte 10 Sekunden Komm Leute Komm, sauber, sauber Und Innovation ist wichtiger Als jede Religion Scheiß drauf Dann auch bin ich hinaus Danke, danke, Sekunde Sauber Ja, genau so Genauso 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 Gesniped Alter Wer ist das, Mann Genau so, Alter Don't Alle Don't Nicht zu Al Pacino Herz im Chat Alle Herz im Chat Ey, warum sehe ich Al Pacino nicht? Wo steht der? So sieht man Die Technologie Wo steht der? Religion hält uns auf Religion hält uns auf Ja, irgendein Sehr laiwander Typ Irgendein Linker Grüner Und Kommunist Unterstützt Tesla Irgendein Ich Hab mich Von den Serben Distanziert Wir Serben War so Ich hab mich Von den Serben Distanziert Weil ich Gerochen Warte Hör zu Lass mich Weil ich Gerochen Habe Dass die Eventuell Kommunistisch Sein Könnten So sehr Hass ich Kommunismus Was Was redest du Dass ich Irgendwie Für Kommunismus Wäre Danke Don Vito Danke Für alles Deswegen sag ich ja Du bist ein Kommunistischer Agent Du tust Auf Kapitalist Aber in Wahrheit Bist du Kommunist Das ist der Größte Müll Den ich je gesehen Gehört hab Ey Welcher Al Pacino Ist das Verdammte Scheiße Mann Al Pacino Hat dich Zweimal Obst genommen Und 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 Hat dich Zweimal Mundtot Gemacht Aber In vielerlei Hinsicht Sind wir Gleicher Meinung Aber Dass du Einfach Diese Religiösen Einschränkungen Ja Und das Christi Sind wir Ja Auch Beim Islam Ja Dass sie Einfach So viele Einschränkungen Und Und Hindern Dass der Mensch Nicht Weiter Entwickelt Und Ehrlich Im Christentum Ist es Ähnlich Leute Was ist Los Mann Egal Welche Religion Leute Ich Ich Habe Schon Mal 2 Mal 2 Mal 2 Abgesehen Davon Ist es Einfach Unrealistisch Und Okay Irgendwelche Alten So Irgendein Rotschild Wird 100 Jahre Alt Oder Was Weiß Ich Oder Diese ganzen Leute Wären Sehr Alt Aber Es Ging Noch Nie Komm Rose Rose Danke Komm Leute Das darf Jetzt Nicht Dritte Niederlage In Folge Leute Muss Ich Wieder Mit Stream Muss Ich Euch Mit Zweiwöchiger Streaming Menschen Hatter Verlieren Irgendwann Bist Ein Menschen Hasser Sie Warte 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 Jetzt Hast Du Dich Verraten Du Kommunist Ich Hab Nur Was Gelesen Was Im Chat Gestanden Ist Wer Sagt Danke Sauber Strammziehung Super Danke Sekundus Wer Bezeichnet Mich Als Menschen Hasser Außer Ein Kack Linker Nur Ein Scheiß Linker Würde Mich Menschen Freund Und Nächsten Liebenden Nächsten Liebenden Menschen Nur Ein Scheiß Linker Würde Mich Als Menschen Hasser Bezeichnen Danke Jeshua Danke Sekundus Komm Wir sind Leute Einzige Hoffnung Die zwei Sind Meine Einzige Hoffnung Die anderen Lassen mich Danke Britta Nur Ein Linker Mann Darst Du Warum Hast Du Immer Du Hast Immer Als Unterstützer Moslems Und Linke Mann Keiner Von Meinen Unterstützer Nichts Liegen Ja Und Albaner Mich Unterstützen Mich Unterstützen Die Albanischen Christen Dich Unterstützen Albanische Moslems Mann Was 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 Ah Immer Immer Über Religion Mich Unterstützen Technologie Fans Die Die Den ganzen Blödsinn Mit Religion Hinter Sich Lassen Wollen Don Vito Dankeschön Don Vito Schreibt Er ist Serbe Was Babelt Er So Schaut Es Aus Don Vito Serbe Unterstützt Dich Kommunistischer Serbe Vielleicht Nur Ein Kommunistischer Serbe Würde Sich Würde Dich Unterstützen Meine Top Supporter Danke Bitte Danke Danke Bitte Haus Hohler Jetzt Kriegst Du So Eine Fette Zerfetzung Alter Dass Du Offline Weil Europa So Schwach Geworden Ist Von Diesen Religionen Deswegen Wird Asien Überholen Asien Ist Da Europa Rechts Zu Überholen Südost Asien Genau Einer Schreibt Du bist Ein Kommunistischer Agent Das Erklärt Wahrscheinlich Warum Du Immer Sonnenbrille Trägst Noch Mal Ich Hasse Kommunismus Was Reden Nein Nein Ein Chinesischer Ein Chinesischer Ein Chinesischer Agent Ich Ich Ein Chinesischer Agent Deswegen Die Leute Immer China Sagen Und China Du Willst Deine Chinesischen Augen Mit Brille Verdecken Damit Wir Nicht Sehen Dass Du Chineser Bist Und Kein Kore Also Ob Du Irgendwie Die Unterschiede Von den Augen Her Irgendwie Auseinander Ich Erkenne So Die Leute Ganz 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 Zerfetzung 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 Nein Ah Sniper Sniper Wie hast du Sniper Nix Mit Sniper Warte Warte Warten Ehrenrettung Sauber Also Sehen Mein Freund Schau mal Ich erkenne Sofort Ob Japaner Chinese Oder Koreaner An den Augen Erkenne Ich Sofort Ob Japaner Chinese Oder Korean Lass Man Was Sehen Das Ihr Fall Ihr Fall Ist doch Halbseher Halb Albaner Oder Ich Bin Ich bin Schwer Zu Definieren Ich gehöre Keiner Direkten Nation An Bist Du Eigentlich Deutscher Staatsbürger Oder Österreichischer Oder Was Anderes Deutscher Staatsbürger Staatsbürger Deutscher Passt Besser Das ist Überhaupt Nicht Wahr Das Ist Der Größte Blödsinn In Österreich Aber So Ein Chaos Wie Bei Euch Schau Schau dir die Rangliste an Schweizer Pass Es Auf Nummer Eins Und Ich Glaub Deutsche Ist Auch Ganz Weit Oben Südkorean Du Hast Doch Keinen Südkoreanischen Oder Ausländer Siehst Du Ausländer Nennt Nicht Ausländer Österreich Ist Eindeutig Ihr Deutschen Seid Ein Links Versifft Katastrophen Land Deswegen Braucht Man So Was Wie Dich So Über Sieben Radicalen Wie Wieder Pass Auf Was Du Über Deutschland Sagst Tesla Deutschland Ist Eine Katastrophe Deutschland Ist Das Aus dem Schweiz Ist Nicht Platz Eins Ich Ich Glaub Japan Ist Südkorea Ist Zwei Oder Ich Glaube Südkorea Und Japan Teilen Sie So Platz Eins Sanjak Es Serbien Man Wird Immer Serbien Bleiben Und Nicht Und Nicht Mal Drei Leute Vier Rosen Für Mal Drei Also Strafe Ja Okay Machen wir Mit Strafe Schweiz Nummer Eins Südkorea Ist Auch Weit Von Aber Der Deutsche Pass Ist Vor Dem Österreichischen Da Kannst Nein Vier Rosen Kommt Mein Gott Leute Vier Rose Adler Danke Leute 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 Ich Weiß Nicht Diese Leontine Ich Hab Gehört Dass Die Das Die Guten Content Macht Ich Kann Schon Mal Live Gehen Mit Hier Ist Scheißegal Ob Sanjak 500 Jahre Zu Bosnien Gehört Hat Es Jetzt Serbien Und Es Wird Immer Zu Serbien Gehören Oh Danke Junge Sauber Junge So Zerfetzung Hab Ich In Mein Leben Nicht Gesehen In meiner Tiktok Karriere Hab Ich So Zerfetzung Nicht Gesehen Danke Sauber Sauber Danke Löwenherz Danke Rottweiler Zerstörung Von Tesla Hans Karriere Tiktok Karriere Vorbei Von Tesla Han Leute Alle Tippen Leute Alle Tippen Tatsache Serbien Komm Serbien Komm Serbien Serbien Komm Sankt Kürt Zu Serbien Komm Unterstützt 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 Tatsache Ist Alle Albaner Alle Tippen Danke Micky Danke Micky Serbien Danke Micky Serbien Bruder Rottweiler Ostgebiete zurück Deutschland Komm Ja 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 Weiter Österreich Wieder Anglied Am Großen Bruder Deutschland Komm Leute Komm Leute Dieses Kleine Österreich Verleiben Wir uns Wieder Ein Komm Österreich Bleibt Unabhängig Deutsch Österreich Und Ein Ganz Geben Leute Komm Leute Sauber 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 Hey Österreich Viele Österreicher Sehen Sich Selbst Als Deutsche Du Schlaumeier Mann Keine Ahnung Keine Ahnung Was Du Unwissende Bruder Ich war Mein ganzes Lieben In Österreich Die Hassen Deutschland Alle Sie Sagen Alle Die Biefken Was Was Redest Nein Deutschland Korea Deutschland Bei der WM Geschlagen Hat Die Österreicher Sind Zu mir Gekommen Haben Gesagt Ja Tesla Ja Han Ja Tesla Han Das Alle Stabil Das Stimmt Gar Nicht Ich Hab Gesagt Österreicher Die Deutschland Hassen Du Kannst Nicht Österreicher Sein Und Deutschland Hassen Mann Du Kannst Nicht Den Großen Bruder Hassen Die Deutschen Lieben Österreicher Deutschen Kein Österreicher Sieht Sich Als Deutschland Was Hör zu Ich Hab Nicht Gesagt Alle Ich Hab Gesagt Als Deutscher Liebst Du Österreich Und Als Österreicher Liebst Du Deutschland Mann Wir Du Kannst Nicht Deinen Großen Bruder Hassen Und Ich Hab Gesagt Es Gibt Alle Österreicher Ich Respektiere Das Wenn Österreicher Sich Als Eigenes Eigene Nation Heute Sehen Aber Es Ist Es Ist Dasselbe Volk In Der Wurzel Und Es Ist Mittlerweile Eine Eigenständige Nation Aber Ich Hab Gesagt Es Gibt Auch Österreicher Die Sich Als Deutscher Sehen Zb Burschenschaften Und So Weitere Deutsche Nationale Aber Die Meisten Österreicher Mögen Kein Deutscher Danke Rotweiler Leute Ich 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 War Ich War Vor Zwei Jahren Bei Pegida In Dresden Mit HC Strache Und HC Strache Kennst Nicht Oder Tester Sicher Kenne Ich HC Strache Was ist Mit Ihnen Ein Freund Von Mir HC Strache Jetzt Wirst Auseinander Genommen Scheiß Wird Ich Auseinander Genommen Komm Zerfetzen Komm Leute Zerfetzen Diesen Kommunistischen Deutschland Was für Kommunisten Du Bist Wie Ein Linker Was Für Österreich Gibt Deutschland Leute Mal Zwei Ich Hör zu Ich Hör zu Hör zu Ich Unterbricht Mich Die ganze Zeit Komm Leute Leute Was ist Das Rottweiler Danke Rottweiler Sauber Ja Ja Besser Post Ja Da Da Genau Rottweiler Sekundus Hör zu Hör zu Hör zu Hör zu Hör zu Lass mich mal ausreden Ich war mit HC Strache bei Pegida in Dresden und HC Strache ehemaliger österreichischer Vizekanzler hat die deutsche Nationalhymne mitgesungen als ehemaliger österreichischer Vizekanzler Ja 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 Genau so Sepp Aufholen Da liegst du nämlich falsch Da liegst du nämlich falsch die Österreicher Identifizien sind nicht als Deutsche Ja Da liegst du falsch mein Freund Ich habe nicht gesagt alle Ich will nicht alle die meisten nicht Du hast gesagt Nein Meine deutschen Landsleute wo seid ihr Meine deutschen Landsleute wo seid ihr Komm die Österreicher Komm die Österreicher Komm komm aufholen Aufholen Nur weil ein HC Strache österreichische die deutsche Bundeswehr gesungen hat Der war immer Ich kann die auch Die Kanzler Als ehemaliger 99,9% 99,9% Leute was ist los Sekundus komm Komm Leute aufholen Das unwichtigste Land auf dem Planeten Oh mein Gott Leute Was ist los mit Deutsch Eine Minute zwanzig Komm Zeit um aufzuholen Danke Sekundus Wir haben noch genug Zeit um aufzuholen Leute Zeigen wir das Nehmen auseinander Zeigen wir das Deutschland Zeigen wir das Deutschland der große Bruder von Österreich ist Und nicht anders so Komm Okay Komm Leute Wenn du so sicher bist Dann machen wir diese Runde noch Strafe Wenn du verlierst Wenn du verlierst Du sagst Österreich ist besser als Deutschland Wenn ich verliere Ich sage das umgekehrte Okay Komm Leute Komm Leute Eine Minute 50 Sekunden Was ist los Was ist los Was ist los Ich weiß nicht ob er zugestimmt hat Nachher Nachher dann Nach dieser Runde Okay nächste Runde dann Leute diese Runde aus Ehre Nächste Runde machen wir mit dieser Strafe Oh Mann Leute Wieso lässt du mich hin Österreich ist doch kein Österreicher Identifizit Irgendwie als Deutscher Beziehungsweise Junge du hast keine Ahnung man Nazi Strache als ehemaliger Vizekanzler Ne ist HC Strache Du kommst mit einem Weißen Wer bist du man Wer bist du Mit dem ist derfall Siege Leute Und ich hago Sie Eine Impfung Falscher Meinung eindeutig was macht verlierer wenn du verlierst du machst den albanischen adler für 30 sekunden trau dich hast du keine hast du keine vertrauen in der community und was machst du ja ich mach die serbische drei ich mach was du willst du machst das du machst 30 sekunden das ja ok passt fast im namen des herrn du sagst im namen des herrn und du hast da und ich mache das okay du rufst zum kreuzzug auf so ja ich ruf zum kreuzzug aufkommen kommen alle tippen leute jetzt jetzt geht es ab leute du hast dich selbst gesnipet du elendige oder du klingst wie ein goldstück was hätte ich habe mir selbst geschnitten kommen leute kommen leute wenn er verliert er muss den adler machen leute katastrophal serben serben verhindert es dass ich bitte bitte rettet meine erde und mein stolz deutschland kommt dann die mich ist noch bei mir leute wartet doch mal zwei warte soll lassen 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 diesen kommunisten sich bekreuzigen konnten die serben sind die kommunisten tatsächlich die serben sind pro nordkorea und die serben sind kommunisten wir lassen diesen artisten sich bekreuzigen schade pro schade probate doch diese runde bruder warte noch diese runde das gilt für diese runde zuschauer ich weiß es geht um diese runde alle tippen leute alle tippen kommen wir kommen wir sind hinten leute wissen hitteln danke follow i follow jesus vielen vielen dank danke dir lasst sie lasst du lasst diesen heiden sich bekämpfen er verliert er muss 30 sekunden den adler machen leute wo ist mal zwei weil die jeder die runde kommen an die dritte danke dritte ich küsse doch dein herz die kunden machen lasst es nicht zu lasst es nicht zu leute lasst es nicht zu wo es mal mit tesla mit tesla verliert muss er sich bekreuzigen wenn tesla verliert muss die kunden werden kommt leute die tippen sie schon wieder wieder at ist sich bekreuzigt es ist absturz was für absturz waren wieder live mit stronghold irgendwann mal kommen lassen wir tesla abstürzen wieso kommt kein mal zwei was hast du gemacht ihr verleiter du bist so technologie buch gar nicht bei dir kommt nicht mal mal zwei leute leute haltet stand gegen die albaner haltet stand gegen die leute ich habe albanische support leute wir lassen ihn den adler machen leute wir hast nicht und die kation ist ein komponierende klage gekämpft gegen die albaner größter verbündeter der albaner ist kommt kommt danke alles das wird knapp und dann gibt alexander so jetzt wirst du jetzt wirst du dich bekreuzigen du art warte kurz warte ab war leute kommt ja alle albaner nix albaner albaner verlieren jetzt kommen leute bitte lasst mich nicht im stichmann macht kein scheiß jetzt mich so voudre die albaner albaner sind stärker auf dieser platform deswegen nicht deswegen ist dir auseinandergenommen deswegen bis zum nächsten wo seid ihr serben deswegen hast du keine chance deswegen hast du keine chance tesla hat man weiß es Micky Nicky 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 Britta Leute aufpassen die letzten 50 sekunden alle österreicher wollen deutsche sein leute kommt man letzten 30 sekunden ich habe mich gegen österreicher jetzt er jetzt gegen deutsche ich hätte überhaupt machen die deutschen deutschen und schreit der letzte immer über deutsche er weiß immer über deutsche kommen leute lasst uns diesen deutschland hasser vernichten lasst uns diesen deutschen um ein gott leute oh mein gott aufpassen Ich spiele sogar extra Musik für dich und sie machen jetzt 30 Sekunden den Adler-Jürgermeister. Du wirst sehen, wenn ich dich erwische in Wien, Alter. Du wirst sehen, wenn ich dich in Wien erwische. Du wirst sehen, wenn ich dich in Wien erwische. Zeig deine albanischen Brüder, wie schön du den Adler machst. Mach schnell jetzt! Ja, mach weiter, mach weiter. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Jetzt fängt der an. Jetzt fängt der an. Jetzt fängt der an. Jetzt fängt der an. Was sagst du? 30 Sekunden wird schon um. Genug, genug. Ja, ja. Haben wir schon alle gesehen. Erinnere dich für immer, wie wir dich so auseinandergenommen haben. Wenn ich dich in Wien treffe, nehme ich dich auseinander. Wenn ich dich in Wien treffe, nehme ich dich auseinander. Wenn ich dich in Wien treffe, ich kann dir eine Umarmung geben und sagen, alles wird gut, mein lieber Irfan. Alles wird gut. So komme ich dir entgegen. Ist das okay? Komm, mach mal letzte Match. Verlierer ist ein Hund. Und dann, und dann. Nein, nein. Warte, wir machen wieder mit Strafe. Welche Strafe? Wir machen wieder mit Strafe. Warte, warte. Ja, aber warte. Wir überlegen uns erst gute Strafe. Wir können sagen, dass du sagst, Deutschland ist besser als Österreich. Und, und, und weiß besser. Okay, wir machen Match. Deutschland gegen Österreich. Österreich. Du bist Österreich. Ich bin Deutschland. Ja, aber du sagst dann, die Deutschen würden gerne Österreicher sein. Das sagst du. Was? Die Deutschen wären gerne Österreicher. Warte, warte. Es regnet. Ich muss kurz Wäsche hier weg tun. Warum? Leute, er muss Wäsche weg tun. Leute, er muss Wäsche weg tun. Verlierer wünscht mehr Moscheen. Oh, oh, oh. Das wäre, oh, oh. Wenn wir Irrfan sagen könnten, er wünscht. Oh, oh, oh. Das wäre crazy. Das wäre crazy. Das wäre crazy. Der möchte gern deutscher Dings wird auseinandergenommen. Ja, Tesla, im Gegensatz. Ich mache meine Wäsche selbst nicht meine Mutter wie bei dir. Du lässt deine Wäsche noch für deine Mutter. Ich mache meine Wäsche selbst, aber ich habe einen Trockner. Okay. Trockner. Oh, Technologiefortschritte. Ja, schau, schau. Technologiefortschritte. Ja, schau, schau. Technologiefortschritte. Trockner. Nicht Steinzeit. Ich hänge Wäsche an Sonne. Sonne macht trocken. Der war gut. Das ist eine harmlose Strafe. Du sagst, wenn du verlierst, sagst du, die Deutschen wären gerne Österreicher. Das ist eh harmlos. Komm, sag. Die Deutschen wären? Nein, das will ich nicht sagen. Einer schreibt so, du sollst sagen, Deutschland braucht mehr Moscheen. Würdest du das? Sag Checkerlecker. Schick deine Adresse Checkerlecker, wo ich dich finden kann. Dann komme ich vorbei. Dich besuchen. Schick Adresse. Okay. Na, komm. Sag einfach, Deutschland wären gerne Österreicher. Komm. Und was sagst du? Die Österreicher wären gerne Deutschen. Ja, okay. Komm. Komm. Letzte Runde, Leute. Letzte Runde. Für Deutschland. Für Deutschland. Für Österreich. Wir können doch nicht. Kein Österreicher will Deutsche sein, Alter. Kommt schon. Alle tippen, Leute. Alle tippen. Danke, Memra. Für Deutschland. Kommt für Deutschland. Wir zeigen, dass Österreich der kleine Bruder von Deutschland ist. Danke, Sissi. Ist der nicht? Oh. Danke, Jenny. Memra. Danke, Jenny. Boah, jetzt ist er zerlegt. Mach mal deine Albaner Musik da aus. So. Für Deutschland, für Deutschland. Deutschland. Deutsche. Okay. Deutschland ist wirtschaftlich stärker, als Österreich. Deutschland ist militär, stärker, als Österreich. Deutschland ist politisch ein Schwergewicht und wichtiger, als Österreich. Was noch was heißt denn? Deutschland ist voller Österreich, Deutschland istlicher als Österreich. Deutschland gibt es länger als ein Beispiel?! Deutschland gibt es länger als Österreich? Deutschland, nein, das ist auch nicht korrekt. Österreich gibt es tatsächlich länger. Deutschland wird gehaftet, wenn man Deutschland kommt, um zu lügen. Wo, 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 welches Land ist das? Wo ist denn das Land? Warte, warte, Teslan, jetzt teste ich dein Wissen über Österreich.